Stamos Selection ist eine Produktserie, die sich von anderen auf dem Markt durch ihr modernes Design und die intuitive Bedienung unterscheidet. Bei der Herstellung der Geräte wurden Bauteile höchster Qualität verwendet, die von führenden Elektronikkonzernen, zum Beispiel Toshiba, hergestellt werden. Die Geräte der Selection Serie sind perfekt für intensive Anwendungen in den Produktionsanlagen. Wir stellen Ihnen das Kombigerät S-Multi 525H der Stamos Welding Group vor. Ein Produkt von hoher Qualität, das sich durch robusten Aufbau und einfache Bedienung auszeichnet. Mit dem 3-in-1-Gerät S-Multi 525H ist das Schweißen in den Modi WIC-DC, MMA sowie Plasma schneiden möglich. Funktionen des Kombigeräts, MMA zum Schweißen mit umhüllter Elektrode, WIC-DC zum Schweißen von Stahl und Edelstahl, Plasma zum Plasma schneiden. Das Gerät ermöglicht das Schweißen im WIC-Modus. Das Gerät ermöglicht das Schweißen im MMA-Modus. Das Gerät ermöglicht das Plasma schneiden. Das Gerät S-Multi 525H findet Anwendungen in Handwerksbetrieben und in kleinen sowie großen Anlagen, wo es hohe Effizienz und Funktionalität versichert. Das große Anwendungsspektrum dieses Kombigeräts verbessert die Arbeit in jeder Werkstatt. Das Gerät wird mit einer umfangreichen Ausstattung geliefert. Das Kombigerät wird versandsicher verpackt. Wir verfügen über unser eigenes Servicecenter und versichern Ihnen eine umfangreiche Betreuung auch über den Gewährleistungszeitraum hinaus. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und stehen Ihnen bei Nachfragen gerne auch persönlich zur Verfügung. Das Gerät ist eine umfangreiche Betreuung. Vielen Dank.